hey ho meine lieben heute geht es weiter ja ich bin nicht ganz alleine hier im gärtchen man muss ja noch beim arbeiten aber heute haben wir hier so eine kleine spring maus dabei die springt gerade hier überall rum und schaut sich erstmal alles an und heute ist der richtige gekommen bloß ob ich den heute noch montieren kann weiß ich nicht weil jetzt spannen wir erstmal hier eine große plane einfach dass wir es hier um die ecke nachher ein bisschen schattig haben ja und hier vorne auch ein bisschen mehr weil ansonsten halte ich das nicht aus also wenn ich hier jetzt heute die neuen bretter wieder hinmach und ich weiß noch gar nicht wie das video heißt ab und wir abschleifen anfangen und so ja das sollte hier vielleicht nicht ganz die sonne drauf knallen so möchtest du mit ins video ja das kommt aber jetzt öfters vor ja komm her sagt wenigstens mal hallo jawohl gut ich hole jetzt die plane raus und dann fangen wir mal an das ding zu spannen und später holen wir dann auch die manu ab und dann gibt es heute auch wieder ein gröllerchen ach so und ich hoffe jetzt ist der ton besser wenn ich hinter der kamera stelle stehe ich habe gestern noch stundenlang bedienungsanleitung und internet durchforstet und habe eine einstellung gefunden also ich hoffe jetzt ist es wieder normal so wie es immer war mit dem ton genau glaubt gar nicht was das für eine schweißtreibende arbeit sein kann so eine blöde plane bloß mit so ein paar ringhaken aufzuhängen naja jetzt bin ja gespannt ob der ton von hinten funktioniert aber ich denke schon weil das grüne geblinkere auf dem display war nämlich vorher auch weg ja hier bin ich jetzt auf alle fälle noch mal von oben bis unten ein und ein bisschen mehr die schraube war die noch ein bisschen klopfen ja und dann geht es eigentlich schon los dass man die bretterle schnell noch schleifen ein bisschen und dann kann man mit den brettern anfangen bis hier runter und unten muss ich ja noch besägen ich jetzt gleich mit dem fensterausschnitt brett befassen und hier werden schon fleißig die kurzen bretter geschliffen so ein bullshit die flex schafft der wandler noch aber die stichsäge macht keinen mucks muss ich jetzt extra nur um das brett hier oder wahrscheinlich alle bretter dann einmal kurz einzukürzen und den ausschnitt hier rein zum sägen und extra den anderen wandler anschließen oh man das regt mich jetzt auf leute das regt mich jetzt voll auf der steht ja auch schon da aber solange ich jetzt das andere zeug nicht gemacht habe wollte ich den auch noch nicht anschließen ach menno aber ich habe noch eine andere idee ich habe noch diese mini 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 kreissäge daheim wenn ich die jetzt hole also wenn ich dann mal nur abhole und die mitnehmen dann könnte ich das eventuell mit der schnell aussägen ja das mache ich auch weil die sollte eventuell laufen die hat ja nicht ganz so viel bumms wie die stichsäge leute spatzel gerade geholt kommt gerade hinter mir ja und die wege funktioniert die habe ich gerade schon ausprobiert aber servus ja so ähnlich ich tue gerade filmen moment ich schreibe jetzt noch das große brett fertig und dann sehe ich das andere raus so die beiden tun schönes holz schleifen und ich mache in dieser zeit den grill vorheizen ja genau das mache ich jetzt auch viele hände schnelles ende richtig und ich mache ja das essen in der zeit heute gibt es bei uns thüringer bratwürschen und habe so schwarzbier steaks eingelegte noch geholt mal gucken was wir so essen und die zwei salate von gestern habe ich noch eingepackt das gute ist wenn spatzel am grillen ist die nimmt auch die kem in die hand und filmt meine probierrolle ja und dazu natürlich wieder mein üblicher kurken kartoffelsalat richtig was will die momentan mehr hier draußen ja hauptsache die arbeit geht weiter und wir kommen voran definitiv ja und das lustige zusammenschrauben beginnt wieder ja hier die brettle haben wir zum 99,9 prozent die medis vorgeschliffen bin ich sehr zufrieden ich habe bloß noch wirklich an der ränder noch ein bisschen nachgeschliffen und gut ist ich danke euch beiden bitte bitte und jetzt schraube ich erst mal die runter und dann sehe ich endlich das lange brett zurecht und dann gehen wir ganz nach unten genau rein theoretisch bin ja gespannt wie schief ich komme mit der ganzen schrauberei blutsakrament halb acht glaube ich schon oder 19.30 Uhr ja genau halb acht wir sind hier immer noch heftig zugange alina schleift wie der teufel wow hier haben wir mittlerweile die ganzen bretter wieder hin gespaxt von unten bis oben wie gesagt ein neues ein altes habe ich verwenden müssen na erstmal die käme gescheit in die hand neben hier ein altes habe ich verwenden müssen ja hier oben habe ich jetzt alles weg geschraubt jetzt müssen wir noch hier oben rum komplett schleifen und hier bis hier her bis hier runter das müssen wir alles noch schleifen das hoffe ich dass ich vielleicht morgen schafft dann da oben entlang noch ein bisschen abschrauben mit dem schleifpapier ja man kann sich irgendjemand an den fenstern vergnügen richtig die müssen auch abgeschliffen werden ja 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 da kann man im prinzip schon hier streichen vielleicht strahlt ja die seite morgen schon neuen glanz auch wäre das geil wir werden sehen ja aber nicht wenn die fenster gestrichen werden geschliffen werden dann kann ich natürlich nicht streichen weil dann ist gehen wir mal raus hier unter der plane dann ist ja die ganze farbe mit dem schleifstaub versaut blöd naja ein bisschen kann ich ja jetzt auch noch schleifen schauen wir mal was noch geht heute ja du schaust so entsetzt bin einfach nur fertig aber ein bisschen können wir noch ein bisschen noch ja so leute jetzt ist es hier wirklich richtig dunkel geworden ich habe noch ein bisschen geschliffen und dann sagen wir mal hier tschüss Sikowski bis zum nächsten mal ja das war es mit diesem video wir fahren jetzt nach hause an an m